Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, alles neu ist auf Keine Kleinen schon hoch, ich bin Fabi. Hallo. Ey, was war das Goldene gerade? Da war's Goldenes. Fährt, lege kurz gerade, pie 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 pie. Alter, lebt wir in der Stadtbusseganten. Also sagen wir es mal so, unten kannst du halt nur einen Stall platzieren, oben musst du Ewigkeiten fahren. Und wie cool ist das denn hier die Bremener Stadtmusikanten? Da ist die Kuh, ein Schwein, ein Schaf, ein Hund. Erkenn ich dir den Sattenvogel, also Bremener Stadtmusikanten 2.0. Lalehlu. Es ist sinnvoller, sich mehr Platz für Tiere zu holen als sinnvoller, sich für Liebe zu holen. Aber schon. Tiere kriegst du mehr Geld, du brauchst du mehr Einkommen, also mehr Futter. Wobei, das mit dem Futter ist eh, äh, egal, weil wir haben ziemlich was auf Lager. Und da kommt eigentlich auch genug runter. Habe ich nicht gesagt, Gras war nur eigentlich voll wenig. Naja, wir wollen eigentlich noch ein Feld holen. 83.000, 100.000 oder 28.000. Ja. Fürs Fels kaufen wir? Nein, die Feldstände. Ja, aber eine Ernte und du hast wieder 100.000 mehr. Ja. Ja. Mhm, mhm. 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 Wer legt man schön. Mhm. Wie das aussieht so nebeneinander. Guck, das stehen die Bremener Stadtmusikanten, wenn sie jetzt rechts lauf. Läuft. Naja, ich glaube, wenn du gerade ausverlengst, äh, fluss, dann wird das zurückgestalten. Mhm. Oh, kann ich auch nicht. Ich weiß halt nicht. Diese Wiese wäre schon geil, weil du noch mehr dann kommen würdest. Hm. Pferdschweizers wieder auf der Bühne. Alter, Alter! Lalalalalalalalalala. Oh, nee. Ich weiß auch nicht. Ja. Ja. Was denn hier ist das? Ja, hab ich doch gesagt, ich bin nicht schon als vier. Oh mein, schon von der Star. Du stand da, wo du grad stehst. Ich habe aber keinen Willen. Doch. Ich stehe in meinem Kreis und ich glaube, dieser Start. Diese drei Würde haben. Und dann 18.000 Posten. Oh, oh. Oh, oh. Ich nehme mehr Einkommen an. Sonst. Ich kaufe uns jetzt die kleine oder große Fläche. Dann macht ihr automatisch außenrum mehr Riese. Ich außenrum bei 3. Das ist fast genau so groß wie diese 3. Ist ja viel sinnvoller, 182.000 auszugeben. Ja. Ja, das war dran. Ein Päckchen aus ihm. Das ist ein Macho. Jetzt hat er die Eier verrutscht, denke ich. Das sind so die Arme nicht. Ring. Och, sie galoppiert erstmal über alles. Ja. Ey. Ey, wo war ich jetzt gelacht? Bist du? Hallo, das ist jetzt gut. Ach, warte mal. Ey. Ui. Ey, der Start ist vertreckig. Also, vorne. Ja, das ist gut. Hier vorne. Das da. X. X. Mhm. X. X. ich dann auch eine Mission machen, das kann ich anmachen. Ich hoffe, ich bin eine scheiß Idee. Naja, so scheiße ist die vielleicht nicht anders. Okay, wenn du das sagst, dann ist das ja scheiße. Ganz dünn gefahren, du Heldie. Du hast gesagt, das ist weg. Was? Ja, wo? Was dreckig. Ja, dreckig. Bühne, Stall. So. Müll. Ja, du bist auch Müll. Kannst alle gleich Stimmen fahren. Was aufs nächste Feld, auch Ops. Ey, Hafer. Ja. Ist gut. Ist gut, Mädchen. Schuhe. Schuhe. La la la. Ui. 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 So, einmal aufklappen. So, ja. Ja. So, ja. Ja. Nú konntist umform. Ja, klar. Það er það um drá. Það er það um drá. 200. Það er það noch kalt drá. Ja. Það er það um drá. Það er það um drá. Na. Víte ne. SÉ Það da af zúkjú habumble. Það er það nur رóð Uða að Það beðað um drá. Það, Það áð er það gælloðù áp? Það ít á vóð um drá. Það hê, éta hæð er það hat mh mell mat. stelle nach sender 5.000 also 5 fünft aber dann liegen nur fünf pp ja wahrscheinlich ist das andere gespawnt So, ne, Fabian ist nicht mehr geschafft. Ich denke dir gar nichts. So. Hä, jetzt hat man gehe in den Kalk 2000 Liter, äh, 2000 Liter rein, nein, Big Bag. Sind das nicht, ist das nicht möglich? Ja. Hä, sonst sind auch immer nur 1000 Liter drin. Loll. Ich hab schon die Klappe aus. Deshalb fand ich, dass es ja immer so übertrieben aus dem Singapair-Spiel statt wie du verbraucht hast. Oh. 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 Fertig mit dem. So. Durch die Pampa. Äh, nö, ich wollte nur kurz durchs Dorf fahren. Jetzt steh ich auf meiner Laterne. Also, äh, war nicht so ein ganz veganer Weg. Ja, das ist ein veganer Weg, aber... Bist du so schmal, mein Beetrocker? Komm, 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 mein Beetrocker, drück's mal ganz gut. Das ist ja ehrlich. Ey, der meint, der meint, der meint, der ist grün geworden. So. Oh, dann muss ich denn. Einfach ganz normal in die Hauptstraße. Ja, also, geradeaus nach links. Ja. Gott. Gott. Okay, brauchst du nicht mehr drauf. Bist du fisch verarschen? Nein. Ach, Tio. Tio, immer erst Hilfe und dann schaff ich's. Ja, ich merke ich. Das ist halt fast immer so, Oli. Nächster Punkt, wenn wir gar nichts mehr mit haben. Oh, Mann. Ich muss so viel erst aufstehen mit dem Traktor. Laufst du, du kannst zwei Zentimeter wieder davor stehen. Ja. Ey, wieso ist hier ein Zaun? So ein paar vier Stunden, was so, was fährst. Achso. Wenn da ein... Wenn da so ist... Ich warte, ich warte. Ich warte, es ist eigentlich voll hässlich, dass es alles nur so Linien sind. Aber... B-Linien. Ja, auf dem Feld. Da spüren. Achso, häss. Das war ein Vorteil daran, dass du kannst dich daran orientieren. Mutti, es sind echt genauso auf den Linien. Ja, aber nicht so extrem, dass du dachtest, dass du noch Erdkumpf wirst. Letztendlich. Der kommt auf den Boden. Und wie fein du das machst. Aber bei uns? Bei euch ist das Kumpf. Nein. Das ist so ganz fein. Hä, doll. Eigentlich fahre ich halt jetzt rückwärts. Und trotzdem fahre ich nur 22, äh, vorwärts. Weil ich habe ja den Ding gedreht. Sonst würde er ja jetzt 3,50 fahren, wenn ich so fahre eigentlich. Aber jetzt endlich nur 22. Komisch, komisch. Ich sage, das war's, was ich mir gefallen hat. Jetzt könnt ihr euch noch auf jeden Fall von euch vorbei. Ich wünsche euch noch ein wunderschönen Tag. Wir sehen uns heute noch einen schönen Tag noch. Ciao. Tschüss. Oh Gott.